Nachdem tausend Jahre vergangen sind, wird Satan wieder frei sein, aus der Finsternis aufsteigen und die Menschen in Versuchung führen, die auf dieser Erde in vier verschiedenen Himmelsrichtungen leben. Was ist das? Nein! Warum hast du Angst vor ihm? Das verstehst du ja doch nicht. Heute beginne ich meinen Bericht über ein Kind, das geboren wurde, um Satan auf dieser Welt zu vertreten und das Böse fortzupflanzen. Deshalb wohl wir uns Satan als menschliches Wesen erscheinen. Das ist ein Kind, das ist ein Kind, das ist ein Kind, das ist ein Kind. Das ist ein Kind.